Und ein herzliches Willkommen zum nächsten Teil von der Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Ich habe ja gesagt, ich suche einen, der mehr beim Spielen mitmacht. Und ich habe den Micha gefunden, den Micha Ohns. Hi, Micha. Hallo, Micha. Guten Tag, Leute. Ja, genau. Das ist der Micha und der Micha ist ein Zwerg und der Micha ist kleiner als ich. So, lass mal gucken, ob wir hier irgendwie... Der fängt doch hier schon an. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie die bösen Menschen töten können. Bösen Leute, ich weiß gar nicht, was unsere Aufgabe ist, aber wir spielen einfach mal wild drauf los, will ich sagen. Ist hier aufgefallen, dass die Axt fach zu groß ist, wie ich will. Du, du selbst. Ja, je größer die Axt, desto kleiner der... Naja. So. Es geht nur von der Nase, ich habe so ein Tinkengesicht. Was müssen wir jetzt hier machen? Hast du eine Idee? Finde einen Weg durch das Tor. Oh ja, das ist eins. Spannend, Claire, warte mal. Will ich jetzt nur? Das ist da vorne? Ne, ich nehme mal an. Ich weiß nicht. Vielleicht hier so. Ah, hier geht es hoch, ne? Also, ich bin hier in der Höhle und hier kann man... Oh, einkaufen. Ne, wollen wir nicht. Man kann nicht mit dir handeln, geht es? Dann könnte ich dir nämlich schon mal geben. Eine bessere Axt und so ein Scheiß. Ne, geht nicht, ne. Ich kann mal mit, hier geht es noch. Okay. Und wie heilst du so ein bisschen, kann das sein? Das ist gerade ein bisschen Hallig, ne? Das ist eine Halle, aber du heilst. Deine Stimme heilt. Deine Stimme heilt. Verdammt. Kontur. Okay. Plündern. Oh, ein Knückel des Bogenschützen. Ist das besser jetzt? Ne, heilst immer noch. Das ist so, als wenn du in der Halle stehst und heilst. Hm. Ne? Wo sind wir schon wieder links? So. Boah, das blästigt mich doch mal. Ja, du kommst zu. Du heilst ganz doll. Komisch. Hm. So, Leute, dann werden wir an der Stelle mal kurz Pause machen und werden mal gucken, dass wir Micha aus der Halle rauskriegen. Also, erst gleich. So, wir haben, ja, mehr oder weniger herausgefunden, dass das Hallen praktisch ein Teil des Spiels ist. Also, wenn wir uns in der Halle befinden, dann heilen wir auch. Und, ja, ich weiß nicht. Wir befinden uns zwar in keiner Halle, aber, ja, ich weiß nicht. Kommt halt vom Spiel, kann man halt nicht abstellen. So, Micha. Lass mal weitergehen hier. Wo braucht man einen Schlüssel? Hier ist ein Hebel. Also, weil du besteht auch, dass es bei anderen Leuten aufhören. Hier ist ein Hebel. Oh, hier ist ein Hebel. Jetzt ist es irgendwie offen. Oh, hier ist es. Ist doch eine Idee wo. Ach, Thron. Ja, jetzt können wir das jetzt durchmuchen, ne? Mach mal die Thruhe, vielleicht findest du da was Schönes. Ich hab ein Knütteln des Bogenschützen gefunden. Dann kann ich den Gegner entknütteln. Und? Ja, ich knüppel die auch gleich. Nur Münzen und irgendwie was da ist. Nur Münzen. Ach, verdammt. So, lass mal gucken. Das Tor müsste jetzt praktisch auf sein. Gucken wir mal. So, und dieses Spiel kriegt ihr auf 3W-. Der Zwerg läuft übrigens wie ein Bauer. Der Zwerg läuft wie ein Bauer? Ja, guck doch mal. Naja, so kurze Beine. Ich mein... Ähm... Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Verdammt, falle ich jetzt nicht... Irgendwas mit dem Job. Genau, stimmt. Das Spiel kriegt ihr auf cd-kies.at für nur 30 Euro. Der Micha hat sich auch da gekauft. Jo. Muss ich dazu sagen. So, Michael, jetzt lass mal hier ein paar böse Buben töten. Hier stöhnt irgendjemand. Oder stöhntst du? Das war mein Zwerg. Oh mein Gott. Los, du Zwerg, du. Genau. Wollst du? Komm her. Hat genau deine Größe. Passt dir genau an. Töte sie alle, Micha. Adelnerpöcher. Stöhnt ihr. Und dann gut. Boah. Endlich. Geil, oder? Ich muss noch mal aufpassen. Ich zieh mal um den Bogen, weil irgendwie krieg ich den ab. Wo kommen die denn her? Da oben ist ein Zwergen-Enrage hier. Ich mach mal den Bogen. Ne, auf jeden. Hast du schon. Ich geb dir Rückendeckung, wa? Halt euch fest. Hier von der Seite. Oi. Falls die eine zu nahe kommt, hau ich ihn um. Zeig mal so. Verdammt. Das fällt gegen spontan dieses Kick-Drucker nicht da ein. Ich meine, die Bogen-Verzüge sind. Oh, du verdammter Zwerg. Äh, nicht Zwerg. Ähm. Äh. Was sind die für Tücher? Nicht der Zwerg. Die, die. 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 So. Oh, jetzt kommt ich von hinten. Jetzt kann ich dir Rückendeckung geben. Michael, das ist ja unglaublich. Ich habe nichts mehr. Oh, komm her. Der Tod soll euch holen. Der Tod soll euch holen. Der Tod soll euch holen. Verdammt. Yo. Körperteile ab. Ist doch irgendeiner hier, der liegt an. Irgendwie echt gepasst. Boah. Der ist jetzt nicht weg. Ui. Der ist cool. Wenn du alle erledigst, kann ich die Beute entsammeln. Hehehe. Sie greifen von allen Seiten an. Ninja, liebe Kinder. Oh, da kommt noch nichts mehr. Ach, sie greifen von allen Seiten. Oh, nein. Äh. Achtung. Achtung, ich kann mich dringend. Das ist nicht irgendwie. Alles so. Ach, da sind Bogenschützen. Ist ja nicht zu loben. Stopp. Steine. Gehe her, zu mir, wenn ihr Heilung braucht. Was? Heilung? Ah, sicher. Frau. Das Spiel ist so richtig gut. So, ich fühle mich immer an. Ich merke, wie du hier ist. Ich kann den im Spiel überhaupt nicht verstehen, weil der so rauscht. Äh, so heiß. Aber wenn ich mir die Aufnahme anhöre, dann ist das wirklich. Ah, naja, Zwerge sind eh eh schwer zu vertreten, ne? Ja, ja, ja. So. Willst du dir auch? Du heibst auch irgendwie. Halle auch, verdammt. Herzlichen, jetzt mal bitte. Ich brauche Hilfe. Juhu. Komm, ich bin das aufgezogen. Oh, viele Bogenschüssen. Warte, ich mach hier mit Pfeil und Boden und Gänze. Gute Auffahrt, aber dann liegen die ja doch auch auf dem Boden. Ach, so. Sturm. Lass die. Ach, so. Na. Ich schwinge die Pfeil. Das ist so gut. Das ist so gut. So. Ach, ja. Ich kann hier von hier unter den Rock gucken. Sag mal, stürmt sich der Zwerge sich nie waschen? Nee, nee, nee. Wir lassen die so ein bisschen. Aber wir sind okay, meine Schür. Du bist also ein sehr reinlicher Zwerg. Das wird dich niederstrecken. Das wird dich niederstrecken. Geh mal. Was sagt? Kannst du dich zu schlägenweise heilen oder so? Heilen wird die Frau hier. Irgendwie. Irgendwann. Oh, ich bin fast tot. Ich gibt's nicht. Micha, du musst mich eventuell wiederbeleben. Ja, help mir. Oh mein Gott. Du lieg im Sterben. Ich lieg im Sterben. Die lieb's ja nicht. Oh. Danke dir. So, ihr Schweinehunde. Hat die Alte nicht wieder geliebt? Na, wirst du wohl. Sterb ich dann. Hier. Ich glaub, jeder von uns sollte an der Dings gehen. An der, an der. Oh, ich bin schon wieder tot. Hilfe. Oh. Ich glaub ich auch. Oh, die Frau hilft mir. Jetzt, jetzt helf ich dir. Alter. Er kriegst du rum. Ach, so. So. Boah, sie ist auch schwer verletzt. Das gibt's ja nicht. Wir beleben uns alle gegenseitig wieder hier. Warte mal, ich renn mal weg. Ich kann hier nicht beleben, wenn die mich anräten. Und versuch jetzt. Ich bin hier auch tot. Verdammt. Mauen wir jetzt. Du bist tot. Oh. Und du? Hä? Bist du noch unter mir? Weil ist du noch unter uns, Micha? Micha? Micha ist weg? Leutis. Micha ist weg. Weil ich gestorben bin. Das heißt, wenn man stirbt, fliegt man automatisch aus der Konferenz raus. Jetzt ist er wieder da, oder? Ja. Ah. Ja, ich bin wieder da. Beweg dich mal. Irgendwie halt hier so ein... Ach so. Ich kann sagen, ich hab hier einen NPC-Zwerg. Und da ist... Ja, jetzt kommst du. Okay, Leute. Das ist also doch nicht so, dass man... Wo jetzt ist der Zwerg weg? War der Zwerg größer als nicht? Nee, der war besser ausgerüstet. So, jetzt lass uns mal hier ein paar Ärsche aufreißen. Ich würde sagen, entweder... Irgendjemand bleibt dauernd an diesen... Schieß-Ballisten-Ding. Damit wir nachher auch alle wegbomben können. Willst du doch hin oder direkt da ran? Das sollte wahrscheinlich ich machen, weil du höher im Level sind. Okay. Wir können ihre eigene Waffe gegen sie wenden. Wir können ihre eigene Waffe gegen sie wenden. Nein, es ist genau. Da ist die Ziffer, der ist gleich nach oben. Der Anfang geht ja noch. Aber nachher, wenn die schweren kommen, mit denen ein bisschen Rüstung, dann wird's schon ziemlich... Ach... Aber Leute, es ist uns vererst nicht, mich zu abonnieren, und mich zu kommentieren, und den Daumen mal umzugeben, denn das ist alles übelst wichtig. Der Dipps ja auch nicht, also. Der hat noch mal was wichtigste gemacht. Schreibt das wichtigste Kommentar in eurem Leben und kommentiert in diesem Video. So ist das, so ist das. Ganz genau, wenn ihr mich abonniert, dann macht ihr den Nahen Osten sicher. Das ist unglaublich. Soll noch mal einer sagen, ich bin Abo, weil... Ich bin bloß, dass der Nahe Osten sicher wird. Und der Nahe Osten wird nur sicher, wenn ich tausend Abonnenten hab. Also anders jetzt nicht. So. Hast du da irgendein Special-artiges geplant für tausend Abonnenten? Ein Special? Ich weiß nicht. Das Special kostet immer Geld. Die Klima ist ja... Boah, warte. Da hat jemand von mir auf dem Foto... Ich bin grad am Anriffen mir werden. Oh, hier sind Leute, die explodieren. Und... Au. Du hast doch wohl nicht vor, uns zu verlassen, oder? Ich helfe. Elven, das war äußerst knapp. Au, schnell weg von diesen explodierenden Mistzüchern. Boah, ich hab eben den Kopf weggeschossen. Ich hübs ja, der Schubstum, mein Klinger vom Vicky, die. Was ist das? Wat? Mein Klinger, der Stuhglafen vom Vicky. Sie greifen von allen Seiten an! Von allen Seiten, oh, wat. Warte, ich, ich setz dir den Rücken, ich bin hier der Rückendecker. Ja, boah. Ich bin voll der, voll der Rückendecker. Ja, boah. Ups, wer? Ne, er, Gnome, Kobold. Auch ab? Ne? Jo, ich bin hier voll... ...beschäftigt. Was? Jo. So, und von... ...namen. Ein Knüppel des Waldläufer. Ich hab noch einen Knüppel des Waldläufer. Ich hab noch einen Knüppel des Waldläufer. So. Jetzt aber... Aber irgendwie hat... ... die Spiele gesehen, ... dass du die Käther Dinge... ... die Dinge sind, die du findest du's? Ich hab dich jetzt nur heilen hören. Also, ich stehe nicht wirklich. Weil ich hab's gefragt, dass du findest... ... das ist das Spiel, die Käther Pip. Geht in diesem Lichtschein in Deckung! Ey, du kommst voll ruckkuliert. Du kommst voll hier rüber, kann denn sein? Dein PC leckt. Oder du lässt. Verdammt, explodieren der Mützliche. Oh, das ist er. Oh, das ist er. Boah, da gibt's ja nichts. Überall drauf. Ich hab' nichts mehr. Ich hab' nichts mehr. Oh, das ist dann bei... ... ich hab' keine... ... dass der Bindling... ... das ist irgendwie schlecht oder so? Weil irgendwie... ... dass die Bindlinge nicht zu mir... Warte mal, ich kann ja den Vogel rufen! Guck mal! Hast du ihn hier sehen? Jetzt bin ich tot! Bist du auch tot? Ja! Nee, weil wir... ... wir haben es halt irgendwie... ... dass die Bindlinge nicht hier unterbrochen. Ja, ja, ja... ... ich hab' nichts mehr... ... ich hab' nichts mehr... ... ich hab' nichts mehr... ... dann hab' nichts mehr. Jetzt bin ich fast, dass du überhaupt irgendwas nötest... ... ähm... ... ich hab' nichts mehr... ... äh... Also, ich hör' dich, aber... ... ich kann nicht deuten, was du sagst, weil irgendwie... Oah! Ich bin schwer verhext! Er ritte mich! Ja. Die Armbrust ist ungemeinnt! Die Armbrust ist ungemeinnt, sagt er! Warte! das müssen wir jetzt schaffen irgendwie um wieder zu leiden du lebst wieder ich habe heiltränke scheiße warte mal ich habe ohne ende heiltränke aber irgendwie muss ich nicht oder du kannst du mich erraten und die leckte spiel